Moin Moin, willkommen zum nächsten Video. Samsung bietet neben der GoodLock Plugin Reihe noch ein weiteres Setup an an Tools für ein Smartphone zum Optimieren und Verwalten von Funktionen. Das ganze nennt sich GoodGuardians. Da wir GoodLock jetzt abgeschlossen haben, beschäftigen wir uns jetzt mit der GoodGuardians Sammlung. Wir machen das da ähnlich wie bei GoodLock. Das heißt in diesem Video stellt euch erstmal ganz grob vor, welche Plugins es in dem Rahmen von GoodGuardians gibt. Und die schauen wir uns dann jeweils in einem eigenen Video dann detaillierter an, gehen dann durch die Apps durch. Also ganz genau so, wie wir es auch mit der GoodLock Reihe gemacht haben. Und demnächst, in so 1-2 Monaten, dürft ihr auch dann die OneUI 6 Beta wieder starten. Und da gibt es natürlich entsprechend dann dazu wieder zahlreiche Videos. Das ist als kleinen Ausblick schon mal. Da werden wir uns natürlich dann auch wieder intensiv mit den Neuerungen mit der nächsten OneUI Version beschäftigen. Das dann aber wie gesagt in 1-2 Monaten, wenn es dann irgendwann soweit ist. Bis dahin beschäftigen wir uns jetzt mit der GoodGuardians Reihe. Diese App an sich ist ähnlich aufgebaut wie bei GoodLock. Wenn man hier draufklickt, hat man dann die verschiedenen Plugins, nenn ich es mal, die man auch runterladen kann. Die sind im Standard alle nicht installiert. Da kann man sich einfach die dann dazu installieren, die man gerne nutzen möchte. Das Ganze setzt auf verschiedene Sachen auf. Das heißt wir haben einmalseits die oberen beiden, die sind für Batterie bezogene Dinge. Im oberen kann man zum Beispiel den Akkuverbrauch sich angucken. oder Apps einschränken, dass Apps primär nur im Hintergrund um die Aktivitäten deaktiviert werden, um einen Akku zu sparen. Wir haben mit dem Battery Guardian zusätzliche Einstellungen für den Akku. Zum Beispiel, dass der Bildschirm gedimmt wird nach ein paar Sekunden. Also nach 20-30 Sekunden ohne Interaktion. Dimmt sich das Display einfach aufmaßlich 10% Helligkeit ungefähr runter. Geht aber nicht ganz auf Standby. Bleibt also an, aber dimmt nur extrem die Helligkeit eben um Strom zu sparen. Das ist eine der Funktionen, die wir zum Beispiel im Battery Guardian haben. Neben vielen anderen, die wir jetzt natürlich dann in dem entsprechenden Video nochmal im Detail angucken. Wir haben den Galaxy App Booster, der dann nochmal Apps optimiert und die Geschwindigkeit für Apps erhöhen soll. Das kann man dann über diesen App Booster hier machen. Wir haben den Thermal Guardian. Der ist jetzt einfach für die Gerätetemperatursachen zur Verfügung. Das heißt, wir können uns angucken, wie warm der Prozessor aktuell gerade ist und können einstellen, wann er anfangen soll, die Performance zu drosseln. Also wir können die sagen, lass das Smartphone bitte ein bisschen wärmer werden und drosseln ein bisschen später, was natürlich den Akkuverbrauch erhöht. Oder wir können sagen, drosseln die Geschwindigkeit bitte ein bisschen früher, damit es gekühler bleibt und der Akku länger hält. Das heißt, so ein paar Einstellungsmöglichkeiten haben wir hier bei dem Thermal Guardian. Dann haben wir noch den Memory Guardian. Da geht es dann um das Aufräumen des Arbeitsspeichers. Da kann man Apps ausschließen, die nicht mitbereinigt werden sollen, also die im Arbeitsspeicher bleiben sollen. Also mit dem Memory Guardian dreht sich alles um den Arbeitsspeicher. Und die unterste App, der Mediafile Guardian, das ist einfach, du kannst das Smartphone durch, zeigst einem alle Dateien an, die von Apps angelegt werden oder die man selbst auf dem Smartphone hat. Man kann dann temporäre Dateien löschen lassen. Das ist also alles, was sich so im Bereich Storage und Speichern von Dateien dreht. Das ist dann das unterste. Mediafile Guardian. Und das sind dann so die Set und sechs Plugins, die man runterladen kann. Dreht sich eben die oberen beiden um die Batterie. Das dritte um die allgemeine App Performance. Das vierte geht dann um die Temperatur. Fünfte um Arbeitsspeicher und sechste um allgemeinen Speicher. Und die werden wir uns jetzt dann in den kommenden Videos alle noch mal im Detail natürlich dann angucken und die verschiedenen Funktionen durchgehen. Nur da habt ihr schon mal so einen groben Überblick, was diese GoodGuardians App ist. Es setzt sich auch, die App an sich ist auch wieder nur so ein Platzhalter, mit dem man sich dann alles zusammenladen kann. Also genau wie es bei GoodLock auch ist. Die GoodLock App selbst ist ja auch nur die Basis, das man dann erweitern kann mit den ganzen Plugins. Und hier drin findet man entsprechend die ganzen Plugins. Und die App kann man dann über den Galaxy runterladen und dann entsprechend die ganzen Plugins nachinstallieren möchte. Und das war es an der Stelle dann auch schon wieder. Ich bedanke mich mir für immer fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder.